Moin Leute, Moin Jungs und Mädels. Freut mich, dass ihr wieder hier seid und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Guide. Also wenn ihr die Quest hier habt, das Geheimnis der Rablton-Potage, und nicht weiter bist, seid ihr hier genau richtig. Das Geheimversteck zu finden ist eigentlich ganz simpel. Also wie immer eigentlich. Ich zeige euch schon mal, wo ihr ungefähr hin müsst. Einfach hier nach rechts, dann hier rein und schon habt ihr die Werkbank gefunden. Und das war's auch schon. Also, wie immer, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Guide. Falls ihr Fragen habt, dann einfach in die Kombis damit. Ihr wisst es.